wir fahren jetzt die linie vom flughafen kölner grifter flughafen nach lemmental hauptbahnhof sp2 50 mit dem rn hier wollen wir mal gucken wie das jetzt hinkriege ahaha nur gespannt nehmen wir teilen vom bahnhof ist richtig oh ich hab keine wagenheld anzeige mit sagt einer mit am bahnhof eh volksch nee das ist ein falscher platz hier der flughafen komm komme hier jetzt weiß ich nicht was das eingestellt so was muss ich jetzt noch hier machen was sagt er hier ha ha interessant ach falsch hab mich verklickt ich will nur kurz anpassen eingegeben ab bitte warten und dann plus wollen sie pausieren nein modul in den anzeigen aktivieren Aktivieren, Lebelscheinwerfer, Innenanzeigen. Dann möchte ich auch mal hier die LED verbaut haben, so und zack. Weil ich möchte hier, dass Leute auch da reingucken können, welche Haltestelle haben wir hier. Die lasse ich einfach so, mit den Krabbenabhängungen da. Matrix lasse ich das heute auch mal so, heute mal einfach mal so, ohne alles. So ein bisschen was optimiert. Fenster müssen wir aufreißen, weil hier ist sehr warm hier in der Bude. Fenster aufreißen hier, weil ihr habt keinen Bock dieses Gemäcker da. Und hier müssen wir noch ein bisschen korridieren. Und zwar das SB-Filt, da müssen wir noch ein bisschen was einstellen. Was anpassen, auf gut Deutsch gesagt. Äh, was steht denn da? Ja, das ist richtig. Das ist nebbar. Ja, weiß nicht, ob ich das so, so lassen soll. Egal, heute ist einfach gut oder alles. Heute wird schon mit Doc-Feder drin. Wann geht das hier los? 1850. Alles klar, dann machen wir mal pausieren. Dann spuren wir mal vor. 1850 ist Abfahrt. Nee, dann heiße ich, trage hier mal Beispiel mal 48 ein. Und dann kann da Hase laufen. Oh, ist das schon Abend? Egal, das Licht anwachen. Mag ja eigentlich Abend. Klack, 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 Licht an. Motor. Ein Minuten, habe, und gut, wie ist los? Bauen wir mal auf uns auf. Bauen wir mal auf, Fahrgäste. Tür auf. So, jetzt können wir mal einsteigen gelassen. Guten Tag, deine Tageskarte. Hallo. Eine Kurzstrecke, bitte. Dankeschön. 50. Geht da los? Sehr komfort war was. Abfahrt. Ja, ist da gut. Warte, die Knappe. Jetzt geht's aus dem Maul. Fein. Das ist das für Klingelsound. Die, die, die. Los geht's, abfahrt. Kommen wir uns ab nach Hoppern auf. Hier unten das Schiff will nicht. Na, egal. Ich kann mal ein Bild hier machen, über die Kurve, da, das gefällt mir. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das gefällt mir. Danke. Du musst abwarten. Was? Warte gut. Nächste Haltestelle, Lemental Königsrat Flughafen Verwaltung. Ich bin schon rüber, ding. Nächste Haltestelle, Lemental Königsrat, Stiegerburg. Sehr gerne, der Daugtherm. Da kommen wir heute ein bisschen später an, Mann. Ich hab' den Juck beim Juck nix. Da geht's zur Königsradbahn. Wolltest du noch Bahnhof? Kann man hier ein bisschen den Kopf ein bisschen anpassen, hier. Ups, sorry. Kann ich nicht nennen. Wie kann ich das hier nennen? Muss ich an der Taste drücken, oder was? Muss ich mal schauen, ne? Ja, komm mal in der Halt. Dann prob ich mal nach. Abends. Tag. Wie ich das jetzt hinkriege hier. Hallo, ich hab' den bitte. Ja. So, wir sind angepasst, so. Nächste Haltestelle, Lemental Königsrat, am Blumeneck. Wir können da anhalten, oder? Ja, genau, alles klar. Hallo, Marc. Guten Tag. Hallo. Servus. 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 Eine Kurzstrecke, bitte. Dankeschön. Nächste Haltestelle, an der Eiche. Jetzt guck ich mal, wie ich das mit dem Wunder ein bisschen optimiere. Kompressor und Ausweitbrückung. Ich mach mal dieses mal aus, dass vielleicht, wie geht das? Nein, noch was? Ab auf Autobahn. Haltestelle, an der Eiche. Arschloch würde er wechseln. An der Eiche. Nächster Heiter. Kann er mit dem Optimieren mal ein bisschen die Laufwerfer des Busses einstellen. Nein, 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 nein. Also 51 Prozent. Ein Rettung besser. Rast und zack. Letzter Hof. Klima. Alphabet ist immer noch ein bisschen dick lauter. Das muss eigentlich passen. Was soll ich? Nein, nein, nein. Ich kann es nicht mehr mit dem rauchen. Ich kann es nicht mehr mit dem rauchen, ich kann es nicht mehr mit dem rauchen. Das ist ein Auto-Bahn. Das ist ein Auto-Bahn. Das ist ein Auto-Bahn. Warte mal. Weil ihr wissen mal keine... bisschen hier... Powerbremsen wieder an, weil sonst wird der Bus dann wegrollen, das würde ich nicht. Jetzt steht ja wieder eins. Minus steht da noch ab. Schöne, schöne hier gehen wir mal. Schöne hier. Schöne. Verlasse ich jetzt den Rast. BML hier, den ich fahre. Oh, muss alles schon abbiegen? Nicht zu bremsen. Aber wir sind schneller. Ich räum' nicht gleich. Gutes Stand-Bot, muss man sagen. Guter Sinne, muss man sagen. Gefällt mir. Werkautobahn gestrichen. Das heißt, ich bin da auf der Eiche, an der Eiche oder sowas. Nicht mehr dieses Scheiß-Innen oder dieses Gender-Gedinde. Aber natürlich auch ein bisschen. Natürlich, der Dock Matrix ist heute mit chillen Matrix unterwegs. Aber hier ein Bild nochmal. Wir brauchen nochmal hier ein Bild von diesem schönen Übergang. Ey, das gefällt mir. Das ist natürlich der Wetter-Mod, den ich habe, das Attention-Paket oder wie das heißt. Das habe ich euch drauf, könnt ihr euch kaufen. Das ist Kaufpflichtig. Und das ist ja, wie die Wolken sehr gut aussehen. Gelingen. Einfach rumgelenknos. Nächste Haltestelle, Mittelbrech Haus Linde. Mittelhaus, wo ist die Linde? Hallo. 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 Servus. Servus. Sitze? Aber, dass wir nicht... Oh, es ist auch hinkriegen können. Jetzt so hin. Jetzt würde ich das Ganze wieder so anpassen hier. Ah, jetzt habe ich es hingekriegt. So. Es ist angepasst. Jetzt so ein bisschen an der Draht und so weiter, den musst du machen. Oh, aber der jammert. Der hat sich an wie ein Jammerlappen. Der anzuziehen ist sehr wichtig, sonst... Grund Abfahrt. Grund Gummi geben wir dann. Die zwei Stunden Taktik kommt der Bus. Ab und drücken. Mittelbrech Kotten. Mittelbrech Kotten. Oh Gott, Kotten. Ich kenne auch Salz Kotten. Über Paderborn ist das hier gekommen. Und Scham bitte. Guten Abend. Servus. Guten Abend. Ich hätte gerne eine Karte für eine Kurzzeit. Jupp. Hm? Die kommt gleich wieder. Zwei Stunden, da kommt Bus. Karinidi. Überarsch. Das geht gar nicht, dass wir die überarschen. Nächste Haltestelle. Berger Fürth Steinbücken. Berger Fürth Steinbücken. Berger Fürth Steinbücken. Berger Fürth Steinbücken. Zack, ich stehe da aber an. Und hier auch. Alleinsteigen bitte. Ja, okay, ich glücke. Guten Abend. Servus. Ja. Dankeschön. Heute keine Gemecke heute. So, die machen wir heute raus. Schön der Stadt. Lämmertal. So wahrscheinlich ein kleiner Stadtteil. Nächste Haltestelle. Berger Fürth Steinbücken. Umsteigemöglichkeit zu den Linien SB 51 und 455. Bitte keine Lottozahlen nicht aufgeben. Und dann haben sie gewonnen. Oder haben sie verloren. Eins von beiden. Ball wird an. Guten Abend. Abend. Eine Tageskarte hätte ich gern. Danke. Boah, für den Feuerraum. Richtig Manni. Servus. Perfekt. Der Zugfall. Also so alte Busse. Schiffel Maastricht. Nächste Haltestelle. Lämmertal. Wies Fluss. Lämmertal. Wies Fluss. Lämmertal. Möbel, Dürrと思います. Wies Fluss. Aber hier, und sobald kannst du auch keine Schleife und sowas. Gefällt mir. Ding. Dann war ich Rewe gewesen. Ich war heute Rewe einkaufen gewesen. Ja. Mit so einer Art Wiese, ne. Den Licht halten. Und da haben wir noch wissen was damit gemacht. Die Brötchen machen immer noch nie so eine Meldung, dass die Brötchen fertig sind. Dann machen die mal so eine Art Brötchen rein. Dann machen die wahrscheinlich noch mal Vorwärme oder sowas. Aber allgemein, das läuft. Gehe wieder raus. Ausgehen. Zeig, ausgemacht. Hast du gefunden? Ey, klasse, wenn du schon reingelauncht, ey. Hast du gelb? Irgendwie. Guten Abend. Jo, das läuft. Ich hätte gerne eine Tageslage. Braucht die D-Mark gar nicht. D-Mark damals und sowas. Weil, da hast du mehr an dein Geld gehabt, D-Mark. Weil wir euch als Kindheit so erinnern könnt. Und zwar, natürlich hat der D-Mark-Würze auf meiner Hand gehabt. Glauben nicht, ich hab bei mir nicht. Aber, D-Mark. Nächste Haltestelle, Lemental-Bressnerplatz, Eingang Bressnerstraße. Was soll Unterschiedssprache zeigen? Wir zahlen Babyfahren. Sorry. Da ist 100. Da sieht scheiße aus. Nicht ruckeln heute. Ich möchte dir einfach den ganzen kompletten Umlauf hier fertig haben. Und dann sind wir schon bald da. Sehen und sehen. Schauen Sie mal hin, dass die Gleise schon existiert. Da ist schon ein Hauptbahnhof. Das heißt, das zeigt, wir sind da. Passt da. Wieder tülen schnell zu, Alter. Druckluft. Keine Druckluft, sondern normale andere Technik. Ja. Interessant. So. Nächster Halt. Lemental Hauptbahnhof. Bitte alle aussteigen. Nächster Haltestelle. Lemental Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 450, 451, 453, 454, 456, 457, sowie zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Äh, Fazian reicht und endet hier. Nächster Haltestelle. Lemental. Nächster Haltestelle. Lemental. Nächster Haltestelle. So. Jetzt, wenn wir jetzt einmal zum, zum Abstellanlage fahren. Ich fahre bei euch noch die Abstellanlage mit euch. Wir müssen noch hier oben hoch. Ich glaube, das begleite ich euch noch dazu. Ich fahre hier natürlich auch. Dieser Realistisch zum Beispiel, fahre ich jetzt hier rüber. Betriebsatz brauche ich nicht zu schildern. Einfach jetzt so schnacken. Hau mal Licht aus hier. So im Hintergrund. Ich fahre hier so jede Stunde mal. Aber es klappt natürlich. Schaut mal. Wir wohnen überall über die Gleise. Es war hier mal einen kompletten Schlenker. Also muss da eine gute Lenkung anfangen. So wird's angehalten. Halt an. Gang. So Leute. Wir sind angekommen im Lämmertal Hauptbahnhof. So. Ich habe gedacht, ja schöne runter zu fahren. So. Und das war's mit dem Video. Und tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Ich habe jetzt auf einen etwasen appointments. Tüten. Schön. Verwinden.